Willkommen zurück zu einem weiteren Part Rocket League Und mein Sitz ist viel zu hoch Und der geht nicht dran Und, und, und Hier weißt du was, da gehen wir mal dran Oh fuck Das kann ich besser Das kann ich eigentlich viel besser So, ich geh mal davon aus, dass er den auch nicht erwischt Bin Sehr schön Ne, komm, mach du Alter, was wird denn das? Oh fuck Als ob ich den auch nicht erwischt hab Das ist doch jetzt ein Witz Erstmal Stuhl runter machen Vielleicht hilft das was Okay, das war auch ein sehr, sehr merkwürdiger Anstoß Das Spiel ist grad sehr, sehr merkwürdig So Ich hab kein, ich hab nicht ansatzweise so viel Noss Wie ich gerne hätte Mystic Chillt da hinten irgendwo Den hab ich aus Versehen Ach fuck Genau die falsche Richtung Also das Feingefühl Das fehlt heute noch so ein etwas Schade, den hätte ich gerne abgefälscht Ich denke, ich halt dran So Wow Das war jetzt wirklich wow Erst kann er sich nicht entscheiden, ob er dran geht oder nicht Und dann macht er ihn selber ran Wäre er nicht dran gegangen, wäre er drin geblieben Äh, wäre er draußen geblieben 100 pro Aufgeben will ich jetzt auch noch nicht Das ist hier 2-0 Au So Sehr schön 2-1 Deswegen hab ich gesagt, wir geben nicht auf Das ist, das ist, das ist ein Spiel, da ist noch alles drin Naja Als ob er da dran vorbeigefahren ist Der fährt ja einfach am Ball vorbei Ja und ich kann hier, ich hab kein Nuss Das war so ein schöner Double-Touch eigentlich Ne, nicht Double-Touch Doch Double-Touch Oh und dann verkacken es meine Team-Mates Der hätte nur stehen bleiben müssen So, der geht auch erstmal nach Tempuktu Ja Gut Okay, dass der jetzt reingegangen ist, hab ich aber auch noch nicht gesehen Da bin ich auch ehrlich Oh Fuck Wollte eigentlich von denen welche treffen Aber gut Ah ja, gut So, der fällt komplett im Ball Okay Und dann haben sie natürlich Freisicht aufs Tor So Jetzt gucken wir mal, was da draus wird Ach, nichts Oh, Wunder Ah, okay Alter Alter Jetzt können wir aufgeben Jetzt macht's keinen Sinn mehr Außerdem sind wir über 5 Minuten Also bei dem Spiel habe ich bestimmt Ordentlich was an Gehirnzellenfall verloren Na gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen Wir sehen uns beim nächsten Mal Haut rein, Mist, ja, ne Tschüssi Tschüssi